Diesen Beitrag widmet Ihnen der Baustoffhandel der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Entspannen und relaxen im eigenen Zuhause. Gerade jetzt im Sommer nimmt der Garten einen immer größeren Stellenwert ein. Wie er seine Terrasse oder sein Pool neu gestalten will, der ist im Fachhandel am besten aufgehoben. Der Trend zu den flachen Abdeckungen, wo man gar nicht sieht, dass es eine Poolabdeckung ist, ist enorm. Das steigt ganz massiv an. Die Leute wollen sich einen Pool näher zum Wohnzimmer zu überholen. Und wollen aber dann zum Teil nicht die Glasabdeckungen sehen. Und da ist natürlich so eine flache Abdeckung optimal, weil das schaut dann teilweise aus, wie wenn der Terrassenboden rausgeht und auf Knopfdruck kommt dann der Pool zum Vorschein, ohne dass er vorher sichtbar ist. Die Terrasse oder der Pool sind Blickfang bei jedem Haus. Und die eingesetzten Materialien sind schier unbegrenzt. Wir bauen den Grundrahmen und bauen eigentlich jeden gewünschten Deckbelag drauf. Jeden Terrassenboden, ob das jetzt Echtholz ist, WPC oder Bambuskomposit oder die neuen Produkte COEX-Protect, wo die BPC-Diele dann eigentlich abwischbar ist, damit keine Flecken mehr entstehen, so wie es bei den vergangenen Produkten gewesen ist. Es ist quasi alles möglich. Ob Terrasse oder Poolabdeckung, die Beratung beim Experten macht definitiv Sinn. Ja, ganz wichtig ist, dass man schaut, was will man haben. Und wo hat man Platz, wo posizitiert man den Pool, dass da nur die Sonne hinkommt. Und wo schiebe ich die Poolabdeckung hin, dass ich die Poolabdeckung auch gleichzeitig als Terrasse nutzen kann. Das ist nämlich der große Mehrwert bei dem System. Ich kann die Terrassenfläche eigentlich verkleinern, weil ich die Poolabdeckung als Terrasse nutzen kann. Egal ob neue Terrasse oder Poolabdeckung, der Fachhandel ist für Sie da.